Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Allergiezwilling. Heute geht's darum, wie man Fallschaden in Minecraft deaktiviert und das ist extrem praktisch für Map-Making und das ist auch was, was ich in Paint einbauen werde. Richtig coole Geschichte. Ich bin eigentlich extrem happy, was die 1.13 hier so macht. Ich zeige euch heute mal, wie es funktioniert. Also erstmal ganz kurz, krasse Demonstration von der Technik. Achtung, passt auf, also ich habe gerade keinen Fallschaden bekommen, der Wahnsinn. Ich kann aber auch mich hier hochtappen und bekomme trotzdem keinen Fallschaden. Und ihr seht, ich kriege auch solche coolen Partikel und ich kann das auch auf 50 Blöcke nach oben machen und schropp. Okay, da habe ich vielleicht ein Herz bekommen. Hintergrund nett. Und ja, also quasi, dass es sozusagen so funktioniert, keinen Fallschaden bekommen. Ich weiß, 50 Blöcke nach oben fallen, da sollte man eventuell doch Fallschaden bekommen. Das liegt glaube ich daran, dass der Slowfalling-Effekt nicht 100% des Schadens negiert, sondern immer nur ein bisschen. Das Ding ist aber, wenn ihr zum Beispiel richtig lang fallt, ihr zum Beispiel 100 Blöcke, dann setzt so eine Art Technik ein, so eine Art Auffangtechnik, die heißt Longfall. Also in der Longfall-Funktion. Und die sorgt dafür, dass ihr alle paar Ticks einen kurzen Slowfalling-Effekt bekommt, wenn auch dann solche Partikel abgespielt werden. Dass ihr quasi immer wieder abgebremst werdet und dann kurz vor dem Aufprall dann sozusagen wieder den allerletzten Dings bekommt. Das sorgt dafür, dass quasi der Slowfalling-Effekt immer wieder eure Falltime resettet und im Endeffekt dann am Ende nur noch abfangen muss, bevor ihr aufprallt. Das ist ganz praktisch. Und ja, so kann man Falsschaden verhindern, ohne dass es wirklich das Movement irgendwie verändert oder dass man die ganze Zeit Slowfalling bekommt. Das heißt also, ich bekomme hier nicht durchgehend Slowfalling. Der einzige Punkt, wo man Slowfalling bekommt, ist wenn ich so eine dumme, sowas hier mache. Wenn man quasi über solche Sachen drüber geht, wo man kurz mal viel Luft unter sich hat und auf einmal dann wieder Blöcke unter sich. Aber das ist an sich... Aber das ist das, was nicht so oft in Survival vorkommt. Also wenn ihr eine normale Map spielt, solltet ihr nie Probleme haben, irgendwie random Slowfalling zu bekommen, wenn ihr es nicht haben wollt. Und ja, das ist ganz nice. Wenn ihr es downloaden wollt, könnt ihr es jetzt gerne tun. Und für Leute, die es interessieren, wie es gecodet wird, gehe ich ganz kurz mal in den Desktop hinein. Ich bin übrigens wieder am PC, falls ihr es noch nicht gecheckt habt. Ich habe mich noch nicht erwähnt. Aber der PC ist wieder ganz so halb. Eine SSD funktioniert und zwar die neue, die alten beiden nicht kritisch. Aber egal, ist erst mal nicht so schlimm. Also gut, schauen wir erstmal ganz kurz, was habe ich hier gemacht. Ich habe hier einen Blog-Tag verwenden, die seht das hier an der Seite. Übrigens, ich benutze Atom, ich habe im letzten Video gezeigt, worum und wie das geht. Hier ist die Non-Solid-Liste sozusagen, eine Art Blog-Liste von Blöcken, die als Non-Solid gelten. Als NoFall.NonSolid, dieser Hashtag hier. Da steht alles drin, wo ich sozusagen durchfallen kann. Das Problem ist hier zum Beispiel, hier ist noch kein hohes Gras drin. Aber wenn ihr das hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne machen. Einfach modden, einfach quasi in euren NoFall-Ordner, dann in Data, dann in NoFall, dann in Tags, dann in Blocks und dann in Non-Solid. Und dann könnt ihr das bearbeiten. Das ist der Wahnsinn. Gar nicht, gar nicht schwierig. War simpel, habt ihr euch alle gemerkt. Gut, ja, die Setup-Funktion. Erstmal ganz simpel, wir brauchen zwei Scoreboards. Ja, zwei Scoreboards. Einmal NoFall als Dummy für die Zahl, wie lange man den Slowfall-Effekt bekommen soll. Also quasi die Zeit, die Ticks, wie lange man Slowfall bekommen soll. Weil ich will keine Sekunde Slowfall geben, das kann man nicht machen, das ist ein bisschen dumm. Und dann brauchen wir noch NoFall-Time. Die zählt, wie lange waren wir eigentlich in der Luft. Das hieß vorher Airtime, aber ich habe das mal umbenannt, damit das zusammenpasst. Ich habe das nämlich hier in MobWatch verwendet. So, genau. Okay, und jetzt haben wir hier folgendes. Wir testen sozusagen nach non-soliden Blöcken unter uns. Und das ist so eine Art Block-Teste. Quasi auch wieder eine Multi-Block-Struktur, die wir testen. Nämlich erstmal ein Block unter uns, zwei Blöcke unter uns und nochmal zwei Blöcke unter uns. Und dann, hä? Moment, eigentlich müsste das so gehen. So, jetzt ist es richtig. Vier Blöcke unter uns testen wir quasi, ob der Luft ist. Und dann adden wir uns den Tag NoFall. Und wenn wir den Tag NoFall haben, dann passieren diese unterschiedliche Geschichten. Ja, wird nämlich gesagt, jo, wenn wir den NoFall-Tag haben und dann unter uns nicht Luft ist. Ja, also das ist ja If-Luft gewesen. Und das ist Wenn-Nicht-Luft, also Unless. Und dann gucken wir, jo, dann geben wir uns einen Score, den NoFall-Score von 5. Und je nachdem, welchen Score wir haben, ich glaube, hier unten steht das irgendwo, Effekt GIF, genau hier. Effekt GIF hat A, NoFall mindestens 1, Slow Falling. Und dann clearen wir das, wenn A bei NoFalling 0 ist. Aber wir gehen natürlich beim Removen so weit, dass es bis minus 1 geht. Das heißt sozusagen, dass nur einmal der Slow Falling-Effekt gecleared wird und dann nicht die ganze Zeit durchgehen, damit es für den Survival-Effekt, dass es da keine Überschreibung macht. So, das ist ganz nice. Aber ich meine, mit dem Delta-Fact braucht man wahrscheinlich sowieso kein Slow Falling. Aber das ist sozusagen das. Ist ganz coole Geschichte. Ich würde natürlich jetzt noch einbauen, dass man den Slow Falling-Effekt nur dann cleart, wenn es exakt dieser Slow Falling-Effekt ist. Das ist natürlich eine ganz simple Sache. Kann man rein theoretisch einbauen. Aber ich glaube, das erzähle ich euch in dem nächsten Video mal mit Selektoren, weil ich wollte sowieso noch ein Tutorial machen über Selektoren, so ein Anfänger-Tutorial. Und wenn euch das gefallen hat, dann lass doch jetzt für Krankheits-Zwilling, für Allergie-Zwilling ein Like da, denn der wird sich extrem freuen, tatsächlich. Ich muss jetzt wirklich hier mit der Hand, mit der Maus rüber auf Aufnahme beenden drücken, weil ich das Stream-Deck noch nicht richtig eingestellt habe. Ich bin professionell. Ihr könnt jetzt abonnieren und krasse Videos anschauen. und puh, am besten, ja.